So, ich darf Sie im Namen der Firma CAD plus D Consulting GmbH ebenso sehr, sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Kochberger, bin seit 20 Jahren im Unternehmen CAD plus D tätig in der Projektierung und darf Ihnen in den nächsten zehn Minuten ein kurzes Video zu dem Thema Nesting zeigen. Dazwischen werde ich immer wieder mal kurz unterbrechen und Ihnen gewisse Details und Inputs dazu geben. Okay, dann lassen Sie uns das Video starten. Zwischendurch werde ich immer wieder mal stoppen, weil sonst können Sie mich nicht hören. Wie bereits vorhin vom Herrn Bülking schon ausgesprochen hat, ist das Video starten. Ausführlich erklärt, können Sie hier an der Stelle Ihre Verbindungen auswählen. Das heißt, entweder Dübelverbindungen, Sie haben die Möglichkeit über die verschiedensten Beschläge, ebenso aber auch sehr, sehr gerne verwendet bei unseren Kunden in Australien und auch im amerikanischen bereits Nullfallsverbindungen. Hier gibt es keine Grenzen. Diese können Sie hier auswählen und dann, wie Sie dann weiter sehen werden, auf Ihre Konstruktion automatisiert übertragen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.